So Freunde, da sind wir zurück. Wir sind immer noch im Gebiet, während Philipp mal jetzt portet. Der alte Gauner hat immer gesagt, komm du, fahr du, ne? Dann kann ich jetzt stehen in der Sonne. Wir sind immer noch ein Mojo-Toyo, haben jetzt eigentlich aber hier den Anführer schon platt gemacht, ne? Ihr seht's selbst da oben hier, den Antonio haben wir schon platt gemacht. Wir müssen jetzt irgendwie hier diese komische Mrs. Flores noch suchen. Wir müssen erstmal zum Haupt-Tokain-Lager, da war übrigens immer noch das Gebiet mit den Tokain-Lagern, hier mit rechts, links, oben, unten. So, weg! Tschüss! Danke! Easy, Liga. Der Sound ist wieder zu laut. Ich hab Probleme hier. So Freunde, ähm, Philipp, wie wollen wir's denn machen? Wollen wir diesmal mal auf Krawall oder chillig? Oder wie würd's das machen? Einen Weg können wir auch mal erlangen, die Zugang. Wir sind jetzt ein Lager zerstören, also wir können's auch einfach mal mit Krawall versuchen. Und ich hab alles, alles bereit gemacht hier. Dann würd' ich sagen, ab geht er, da muss noch ein Sniper, der wär noch schön, wenn der noch weggehen würde. Easy, wir sind wieder on point, Jungs. Allein wenn ich so ein Lager rein gehe und sehe, dass wir den ersten zwei Schüsse ordentlich gesniped haben, weiß ich, es geht los. Easy, ich hab schon mal drei, Digger. Ich bin nur ein schönes Spieler. Ich glaub, in diesem scheiß Turm ist noch einer. Die sind noch viele, die du noch nicht markiert hast. Ja, ich bin auch nicht mit der Zone geflogen, ich bin übrigens neben dir und bin tot. Oh, da kommt noch einer, pass auf, da kommt so ein Fetty, speil dir die. Ach so, da leben noch mehr. Oh, Alter, irgendwie durchs Zelt durch haben die mich hier. Oh. Ihr Lieb. Ist weg. Jetzt, was ist los, Mann? Ach, da war der Typ, der den ganzen anderen Zweifel vergriffen hat. Ja, wir können die mal jetzt hier, ne, Rebellen. Könnt ihr mal euch bewegen, oder ist das nicht möglich? Ich bin da hinten. Ich hab ein Zivilisten, die töte, oder? Mann, ey. Aber das sind doch die Geizten, ne? Die Typen, die zwar nicht genau gesehen. Ja, hallo. Äh, noch einen? Wo soll... Du bist ein bisschen vorsichtiger hier. Ah, hallo? Jungs, habt ihr da bitte einen Zivilisten-Impfung gesehen? Ich nicht. Sind von mir noch da, oder? Sind von mir ganz ehrlich, ja, ja. Was mach ich denn jetzt? Nein, ich bin nicht die Scheiß-Drohne entsetzen. Nicht, wenn jemand Granaten auf mich wirft. Dann ist ein schlechter Zeitpunkt. Scheiße, jetzt hab ich irgendwas aktiviert, dass ich langsam laufe, Freunde. Okay, alles gut. Die sind auch Scharfschützen. Ja, ich geh ja schon in den Scharfschützen-Turm rein. Oh, ein Dittel. Oh, Mörser, der Mörser auf uns angesetzt. Äh, okay. Meinst du, das ist nicht so toll? Ein Heli kommt. Ich werd den mal versuchen runterzuholen. Ja. Oh, schon wieder. Ich hör'n Heli. Noch einer. Unidath-Heli. Oh, du hast den, wa? Ja. Jetzt rollt der Mörser auf mich auch nicht, ne? Scheiße, der Sniper ist halt teilweise außerhalb meiner Reichweite. Oh, der ist links, der Sniper und der rechten Sniper. Meiner weniger. Du musst den Sniper alle selber machen, Alex. Es ist los heute. Ey, hallo, Alter. Ich hab hier Unidath-Probleme, ne? Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber... Ich hab Probleme mit dir, ich hab Probleme. So, ey, wie kommen wir überhaupt nicht einen Meter weit voran? Kommt mir so vor. Müssen wir in das Gebäude rein? Nein, hab mir wieder durch die Wand durch ein paar aufgeklärt. Hast du... Mann, bleib dir mal liegend. Ey, Jung, bleib liegen. Also, hinten müssten jetzt eigentlich alle weg sein, so wie es aussieht. Nur noch im Gebäude sind welche. Was sollen wir eigentlich machen? Wir sollen da einfach nur rein, ne? Und dann sollen wir wahrscheinlich da drinnen wieder irgendwelche Glokain-Sachen platt machen. Ja, einfach das... Einfach zerstören, wie man sagt. Nö, einfach zerstören. Einfach rein und zerstören. So, Freunde, ich hole mal Munition. Ich war auch nicht viel verballert gerade. Ach, das ist die Schule. Ja, da war ich schon mal. Hast du was gelernt? In der Schule? Du warst doch mit mir in der Schule. Hab ich da was gelernt? Ich glaube nicht, mein Freund. Die Rebellen um Ablenkung gebeten. Kommst du in die Schule rein, Digga? Wir müssen hier, ne? Ja, war ich schon mal. War ich schon mal. Das ist wie in meinem Buch, ne? Willst du ein Buch nehmen? Ich hab schon eins. Ich hab schon eins gelesen. Das ist ein Tank und Zivilisten aber auch. Der Hubschrauber. Bist du jetzt mal drinnen? Nee. Komm doch mal in die Schule. Was ist denn das Problem? Hubschrauber. Ich rede doch auch mit dir. Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber. Was ist denn das Problem? Die sind auch drungen. Ich hab ja vorhin gerade nochmal weggesneved hier vorher. Nun ist keiner, macht den Drohnen. Und ich will auch mal Captain sein. Wo kommen diese Sätze her, Freunde? Wenn ihr das wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Philipp beistert. Aber ich sag's nicht. Philipp beistert. Ich will die Scheiße kennenlernen. Sehr, sehr geil. So, was ist denn? Ich glaube, wir müssen runter, Digga. Es soll 50 Meter unter uns sein. Wer ist denn los? Ich bin ja auch mit Hubschrauber auf den Kopf gefallen. Das ist ja blöd. Das ist der Haus schnütz hier fast ein, du. Nur weil dir wieder ein Hubschrauber auf den Kopf fällt. Hier war doch die Scheiß-Tür, Mann. Ich dachte schon, ich bin doch hierhin gerannt. Wir müssen hier nur den Zahlencode eingeben. Ich bin zur Tür gerannt und da war nüscht. Und so richtig dämlich, so richtig... Ey, Zivilistin, raus! Bist du eigentlich? Wo waren die Zeingänge? Rechts, links, rechts? Unten? Ja, pack. Rechts, links, rechts, unten. Ey, du weißt, wie viele Zivilisten hier sind? Dann töt dich hundertprozentig eigentlich. NICHT! Geh doch mal weg! Ja, na. Oh, ein Schuss bestätigt. Was sind denn hier? Von oben kommt Unidat. Ich hab aber eigentlich Verstärkung angefordert. Ich weiß nicht, was die machen. Uh, die sind ausgestiegen. Aber hallo, jetzt müssen wir es noch vernichten. Was sollen wir machen? 50 Sachen sollen wir vernichten? Granate fliegt. Das ganze Zeug hier? Ja, Mann. Granate fliegt. Oh, oh. Bin ich, 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 ich bin ich! Ey, warum geh ich? Oh, wir sind hier noch fliegt. Ich glaube, wir kriegen das jetzt besucht. Aber hier ist hier eine Dingskiste. Eine Kiste, eine Bummskiste. Eine Bummskiste? Jo. Einer noch. Das ist okay. Ich muss nur noch lebend herauskommen. Ja, war easy. Wir haben auch jetzt mal die voller Mission geschafft hier. Das ändert sich ja nicht mit schön. Ja, und ich würde sagen, wir machen es noch bis raus. Bist du bereit? Ja, klar. Und dann lasse ich euch dann wieder in Frieden gehen. Die war so scheiße, weil ich dachte, die war von dem Dignal gebrochen. Oh, mit der habe ich gleich null erwischt. Vielleicht einen erwischt. Einen ganzen erwischt, Digga. Wow. Oh, nein. Ja, ne? Nicht nur angefragt. Verwischt so. Oh, hast du den Fertigkeitspunkt eingesammelt eigentlich? Ja, ich war hier schon mal. Wie gesagt, ich war hier schon in der Schule einmal. So, Jörns, also wir sind eigentlich hier durch. Würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der letzte Mission von Meuer Teuer wieder.